Hewe, Marx, Freud kommt bei uns nicht mehr vor. Und was gibt es außerdem noch? Was gibt es danach? Aber ich finde, dass der Verlag eine eigene Politik machen kann. Und das haben wir ja auch gezeigt, dass das möglich ist, auch mit geringsten Mitteln. Und wir waren einfach über 20 Jahre immer nur zu zweit. Und da haben wir ja auch irgendwie gezeigt, dass man da was auf die Beine stellen kann und auch eine eigene Position und auch eine eigene Richtung sozusagen irgendwie in Gang bringen kann. Ich selber komme einer von Adorno und Benjamin. Aber das hat sich ja irgendwie nach dem Tod der Adorno nicht so richtig ergeben. Also in meinem Sinne jedenfalls und war dann sehr enttäuscht von, also schon 68, von Habermas und diesen Frankfurtern. Und von daher haben wir eben erstmal versucht, über die italienische Linke Texte zu publizieren. Und als ich das dann auch, das ist dann auch in 77 zum Ende gekommen, also mit der Verhaftung von Negri, mit dem, mit der, also sozusagen die ganze autonome Bewegung. Ja, ja, der ist in Frankreich, der ist ganz lange im Gefängnis. Also da kam dann eigentlich auch nichts mehr aus Italien. Und, ja, und dann haben wir eben gesehen, dass, wir hatten dann natürlich auch diese entsprechenden Zeitungen gelesen, und dann haben wir gesehen, dass da interessante Sachen in Frankreich im Gange sind, die erstmal uns politisch interessiert haben, ja. Und wir haben dann natürlich auch Foucault, weiß ich, alles gelesen. Wir haben auch, muss man auch sagen, wir haben im Verlag immer eine Lektüregruppe gemacht. Ja, wir haben sozusagen seit, seit, ja, so seit 76, 77, haben wir uns einmal eine Woche getroffen, meistens so zehn Leute, und haben dann gelesen. Wir haben also jahrelang den Anti-Oedipus gelesen, haben uns das immer gegenseitig vorgelesen. Ja. Und jeder hat sozusagen aus seinem, aus seinem Bildungskenntnisbereich was dazu gesagt, aber ohne, ohne Referate, ohne Protokolle, sondern einfach sozusagen immer getroffen. Hinterher sind wir dann auch irgendwo was trinken gegangen. Auf der anderen Seite haben wir dann auch sozusagen die Leute, die Autoren in Paris immer wieder besucht. Wir haben dann auch natürlich alles gelesen. Wir haben nicht irgendwie, sind da nicht Berühmtheiten hinterher gelaufen, sondern wir haben immer sozusagen mit den Autoren als Kenner von deren Werken geredet. Das ist interessant. Also wir haben immer sozusagen auch, wenn wir Leo Thar getroffen haben, da haben wir ihm von Sachen, von Texten erzählt, die er schon vergessen hatte und von denen er ja nicht mehr wusste, dass er die überhaupt geschrieben hat oder so. Das heißt, wir waren, die haben immer von uns ein Feedback gekriegt. Und das hat sie natürlich, das war dann auch verbindlich, verbindend. Und dadurch haben sich eben so intensive freundschaftliche Beziehungen ergeben, dass wir dann, wenn wir in Paris waren, immer zum Essen eingeladen wurden. Sie hatten auch gerade gesprochen, nochmal zu Foucault, dass Sie sich in Gruppen getroffen haben, um über das Werken zu sprechen. Ja. Wo sind wir jetzt bei diesem Treffen? Ne, ich sage mal, wir haben diese Lesegruppe gehabt, diese Lesegruppe. Da haben wir dann sozusagen immer, naja, wir lesen sozusagen Seite für Seite. Das dauert ja lang und das ist auch schwierig, Antioedipus zu lesen. Und darüber haben sich dann Freundschaften bei uns entwickelt. Und die zweite Gruppe, die bestand eben, so weiß ich, aus Nils Röller und Henning Schmidken. Und das waren dann alle schon irgendwie graduierte Figuren, ja, die sich dann, mit denen wir uns getroffen haben, auch die schon promoviert hatten oder Spezies waren. Das war die zweite Gruppe. Die erste Gruppe, das waren welche, die, so wie wir selber auch eben, also ich selber habe ja, als ich Foucault gelesen habe, ich kannte Roland Barth, das war der allererste, den ich gelesen habe. Den habe ich schon in 60, ganz früh, in 60er Jahren gelesen, fast in 50er noch, ja. Also ich habe, also als ich Foucault gelesen habe oder auch Roland Barth, da hatte ich kein Saussure gelesen, kein Levi-Strauss. Also wir sind so, wie der Deloeste das ja auch fordert, mitten hineingesprungen, ja. Wir haben sozusagen sofort das gelesen, was uns interessiert hat und haben dann sozusagen das auch als eine Art Handwerkskiste benutzt, sind natürlich aber im Laufe der Jahre zu Kennern und zu Spezies. Also wenn es um irgendwelche Zitate geht oder irgendwelche Stellen, das geht dann ruckzuck, dass wir die auch finden, weil wir eben dieses Werk sozusagen in allen Facetten kennen. Und ich habe mich mit Foucault also versucht, irgendwie möglichst alles irgendwie in die Hände zu kriegen und auch zu lesen, weil auch die Beschäftigung mit Deleuze oder auch zum Beispiel mit Cage ist interessant, wenn man so einem Autor, also bis in die letzten Finessen, auch biografisch irgendwie folgt. Also diese Kleinigkeiten, was dann alles so zum Vorschein kommt, das ist immer interessant bei richtig guten Leuten. Bei langweilen oder nicht so guten Leuten ist es natürlich auch entsprechend nicht so interessant, aber von daher hat man natürlich auch mit ein... Und das Einzelverhältnis dann auch von Person und Werk. Ja, aber ich meine, der Punkt ist, man kann sich eben auch nicht mehr, man muss eine Auswahl treffen. Und wir haben sozusagen gesagt, in der Musik ist der Cage für uns wichtig und das ist auch ein netter Typ und irgendwie haben wir uns dann sozusagen voll auf den geschmissen, sind zu diversen Konzerten gefahren, bis nach Kanada zum Teil zu Festivals und haben uns deshalb aber meinetwegen über Stockhausen oder so andere Musiker kann ich dann eben nichts sagen. Ja, die habe ich, die sind, also es ist eine rein, wie soll ich sagen, eine individuelle oder auch persönliche Wahl, die man getroffen hat und es ist eben Glück, ob man die richtigen Leute sich da ausguckt oder nicht oder ob das Eintagsfliegen sind. Und ich hatte bisher eigentlich immer Glück, dass die Leute, mit denen wir uns beschäftigt haben, die haben dann irgendwie permanent auch produziert und viel gemacht, was dann natürlich auch für den Verlag bedeutet, dass man dem zum Teil gar nicht so richtig folgen konnte. Wir haben uns dann mit Ausstellungen beschäftigt, haben Harald Seemann publiziert, der hatte natürlich auch die Documenta und Junggesellenmaschinen und der hat in der ganzen Welt bis zu seinem Tode im vorigen Jahr permanent Ausstellungen gemacht und wir konnten natürlich dann auch nicht mehr zu allen Ausstellungen hinfahren und so. Also es hat sich, wir haben uns dann auch ein bisschen zu sehr mit zu viel Riesen da unter angefreundet, bei Müller genauso, ja. Das ist auch wahnsinnig viel, was da am Ende zustande gekommen ist. Aber wir haben auf der einen Seite sozusagen diese Sachen weiter geführt und auch weiter gepflegt und haben daneben natürlich dann auf einmal so die Kognitionswissenschaften oder man könnte auch sagen Systemtheorie oder sowas, ja. Also wir haben uns dann mit Luhmann beschäftigt, haben ein Buch von dem Dirk Becker angeboten gekriegt, was wir dann auch schnell gemacht haben. Dann sind wir zum Geburtstag gefahren. Was für das Management? Nein, nein, dieses Archimedes und wir, ja. Und dann haben wir den Luhmann kennengelernt und über den Luhmann den Heinz von Förster, den hatten wir vorher schon mal nach Linz eingeladen, Heinz von Förster, den haben wir dann auch in den USA besucht, der war in Berlin dann öfters bei uns. Dann hat sich Glenville, Becker, dann hat sich sozusagen so eine systemtheoretische Ecke da, die sich aber durchaus mit dem, was wir vorher gemacht haben, überschnitten hat. Und dann ist das sozusagen so eine Erweiterung, ja. Wir haben auf der einen Seite das weitergemacht, haben auf der anderen Seite Richtung Systemtheorie so etwas angebaut. Dann ist außerdem, was wir auch immer gemacht haben, so eine bestimmte Berliner Szene, ja. Also angefangen hier mit genialen Dilettanten, Blixer Bargeld, aber dann auch Jakob Taubes, Oswald Wiener bis hin zu Reinhard Götz, Westbam, also sozusagen so eine Popkultur oder, ja, Taubes ist ja nun nicht unbedingt Popkultur, aber oder Kippenberge haben wir auch sehr früh gemacht, ja. Also wir hatten auch immer sozusagen so eine Verankerung in so einer, in der Berliner Szene, würde ich mal sagen. Für Foucault war für uns wichtig, dass er den Begriff der Kunst anders aufgefasst hat. Er hat zum Beispiel von einer Kunst des Strafens und einer Technik des Überwachens geredet. Er hat von einer Liebeskunst geredet, die er in China angesiedelt hat, und einer Scientia Sexualis, Sexualwissenschaft sozusagen. Das war dann Freud und die Psychiatrie. Und dann gibt es natürlich auch die Kunst des Krieges bei Foucault. Und, na, ich weiß nicht, was so als Gegenteil. Also er hat sozusagen immer sozusagen einen älteren Kunstbegriff und einen Gegenwert miteinander konfrontiert. Und das hat uns eigentlich interessiert, ja, also bis hin eben zu dem, was er Lebenskunst nachher genannt hat. Also er hat sozusagen an so einem, er hat versucht, einen umfassenden Kunstbegriff. Und wir waren uns interessiert, und außerdem hat er sich natürlich sein ganzes Leben lang, also ganz früh mit Hölderlin und mit Saad und mit so französischen libertinären Denkern beschäftigt. Und, also er hat permanent, dann hat er mit dem Nouveau-Roman diskutiert, mit der Gruppe Tell-Kell. Dann war er mit René Schaar, den René Schaar hat er immer wieder zitiert. Der Schaar spukt ja auch bis bei Keitsch, bei Boulez, überall auch in der Musik rum, ja. Und, also in der Malerei hat er sich eben mit Servantes, mit, na wie heißt er, mit dem Spanier da, mit dem Meninas, also mit dem, Ich weiß, wen Sie meinen, ich bin heute mal wieder. Ich sage mal Servantes, aber ist Quatsch. Ist natürlich nicht Servantes, sondern, aber lassen wir jetzt, ist, 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 ist so wichtig. Und in Margrit, und er hat sich also, auch in Margrit, da geht es ja auch um Kandinsky, Klee und so weiter. Goja taucht auch bei ihm. Goja taucht bei ihm natürlich in der Geschichte des Wahnsinns ganz viel auf. Ich meine, gut, der Foucault war anfangs eben auch sehr jung, er war in der Kölner Malle auch sehr, sehr durchgedreht oder so. Der hat sich nicht umsonst mit Wahnsinn beschäftigt, ja. Also der hing auch ganz schön durch, da waren mehrere Selbstmordversuche und so Geschichten, ja. Also der ist dieses, da hat sich natürlich alles im Alter dann mehr und mehr gesetzt und ist dann, und das hängt noch zum Teil zusammen mit dem Daniel de Fer, der so aus der linksradikalen Ecke, ich glaube, Gauche Proletariens oder so kommt, durch den ist er dann in die Politik so hineingezogen worden, auch ein bisschen. Der ist nach wie vor immer noch sehr engagiert, der hat nach dem Tode Foucault die Organisation, die Hilfsorganisation für die Aids-Infizierten irgendwie geleitet in Frankreich und der ist immer noch irgendwo auch in dieser, in so einer Politikszene immer noch sehr, immer noch irgendwie aktiv, ja. Und über den ist er dann auch sozusagen zu der Arbeit mit den Gefangenen und zu seinem, er hat ja sozusagen immer einerseits ein Buch geschrieben und gleichzeitig hat er sich in dem Milieu oder in der Szene orientiert und hat versucht, da Zusammenarbeiten zu finden oder auch irgendwie Fuß zu fassen. Also er hat auf der einen Seite Geschichte der Sexualität geschrieben, auf der anderen Seite hat er mit Homosexuellen diskutiert in deren Zeitschriften, aber hat während Überwachung und Strafen eben diese JIP gegründet, Gruppe Information Prisons, die eigentlich die Funktion hatte, ein Instrument zur Verfügung zu stellen, so dass die Leute im Knast ihre Meinung sagen können und sagen können, was da passiert. Also er hat das abgelehnt und das ist der entscheidende Punkt, also politisch auch, er hat es abgelehnt für die anderen zu sprechen, sondern er hat die anderen sprechen lassen. Er war nicht Fürsprecher für irgendwelche Leute, denen es dreckig geht oder schlecht geht, sondern er hat Möglichkeiten geschaffen, damit die ihre eigene Situation im Gefängnis zur Sprache bringen können. Das war sein Ansatz und das ist, finde ich, nach wie vor... Er hat das ja selber angeschaut vor Ort, also... Ja, ja, er hat den Leuten getroffen und hat, ja, ja. Aber ich meine, das ist immer noch, finde ich, so ein Ansatz, der ganz anders ist als unser 68er-Ansatz. Wir sind durch die Straßen gezogen und haben gerufen, was wir wollen, Arbeiter kontrollen, ja. Und die Arbeiter haben gesagt, wir lassen uns aber nicht kontrollieren, ja. Ja, so war... Und der Foucault hat also sozusagen nicht für andere gekämpft, sondern hat denen Möglichkeiten gegeben, die er organisiert hat, ja. Welches Verhältnis hatte Foucault zu den Künsten? Sie sprachen ja schon bereits über Musik, da gibt es ja wenig Schriften, also wenig zum Thema Musik. Zu den Künsten gibt es ja mehr. Also er hat sich eigentlich immer permanent und nachher hat der Deleuze noch die Theorie des Sichtbaren und des Sagbaren anlässlich von Foucault entwickelt. Also der hat sich eigentlich, hat immer auch in der Kunst oder in der Welt der Kunst gelebt. Er war mit Patrice Giraud befreundet und so weiter. Klosowski ist auch ein alter Freund von ihm. Und Klosowski hat Foucault auch einem seiner Romane gewidmet. Also Foucault war sozusagen immer als kultivierter Intellektueller sozusagen immer mit Künstlern befreundet und angefangen eben von Barraquet oder so und mit Boulets und so. Hat also immer dieses Interesse gehabt und das hat ihn immer irgendwie auch inspiriert zu sein. Und Foucault selber ist ja auch ein hervorragender Stilist und ein sehr, sehr guter Schreiber. Ja, also man könnte das auch noch als eine Kunst des Schreibens bei ihm irgendwie Ding festmachen. Dann haben wir noch diesen Michel de Sartre. Ich kann schon einer Kluge sagen, dass es eine Fortsetzung von Wissenschaft und Philosophie mit anderen Mitteln ist. Ja, 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 ja. Das ist schon eine literarische Annäherung. Ja, ja. Und wir haben den Kunst des Handelns, das Buch genannt von dem Michel de Sartre, was dann auch ganz stark von Foucault beeinflusst. Der war auch eng mit Foucault befreundet. Also uns hat sozusagen dieser etwas umfassendere Kunstbegriff, der hat uns interessiert. Und natürlich auch sozusagen die traditionellen Genres, wie Foucault damit umging. Und dieser Ansatz ist also von den Franzosen sehr positiv aufgenommen worden, weil das sozusagen, wie die sich ausdrücken, neue Pisten sozusagen eröffnet hat. Der Forschung, der Wahrnehmung und der Rezeption. Ich fiel doch gerade ein, wenn man jetzt mal die Früh-, die mittlere- und die Spätphase betrachtet bei Foucault, soweit man das überhaupt überschauen kann. Meinten Sie, dass er vieles auch wieder verworfen hat? Er war ja ein Spieler. Er hat ja experimentiert. Er hat ja nicht an einer stringenten Methode gearbeitet, beispielsweise hier in Deutschland Luhmann, ohne die beiden miteinander vergleichen zu wollen. Nein, Luhmann war das Gegenteil. Das ist ganz anders. Ja, ja. Luhmann hat irgendwie gesagt, 1960, ich will das und das machen. Und der ist gestorben als das Letzte. Im Kasten war, ja. Das ist total. Also ohne irgendwelche Subventionen hat er einfach gesagt, das ist mein Projekt. Ein Mannbetrieb. Toll, also das finde ich auch sehr faszinierend. Foucault, ja, ist, ja, ein bisschen ist anders, ja. Der hat sich ganz früher eben sehr viel so sehr ontologische Sprachanalysen, er wollte mal, ganz früh wollte er Blanchot sein, das war sozusagen ein großes Vorbild. Also Blanchot, Klosowski, das waren sozusagen immer seine Lehrmeister. Er hat sich also auch orientiert. Und er hat sich natürlich hinterher immer mehr, sagen wir, an Wissenschaft zurückgezogen, hat mehr an seinen eigenen Monografien gearbeitet und das waren ja auch immer, da war ja sehr viel Archivarbeit und sehr viel Literatur. Also er konnte, er ist quasi in die Hermeneutik eingeschrieben. Er ist sozusagen über Blanchot und Klosowski ist er erst mal von Hegel und von der Dialektik weggekommen und hat dann sozusagen sein eigenes Ding entwickelt. Ja, und dann kam hier sozusagen, als der Foucault dann irgendwie gelesen wurde, kam so eine Diskussion auf der neue Irrationalismus. Ja, da haben die ganzen Frankfurter und Altmarxisten und Stalinisten, haben dann sind ins Feld gezogen als neokonservativ. Und das ist immer noch natürlich in Frankfurt sozusagen ein Punkt, dass sie dieses experimentelle Vorgehen nicht akzeptieren, sondern immer auf Normativität setzen. Ja, es muss irgendwie... Ist das typisch deutsch? Ja, das ist damals nachkriegsdeutsch. Also ich würde sagen, das hängt mit der deutschen intellektuellen Situation zusammen, dass es so eine protestantische Tradition ist. Also die jüdische Tradition ist weggebrochen, umgebracht und jetzt sind nur noch die Oberlehrer und die Protestanten und die Moralisten irgendwie zugange, innerhalb der Politik. Also das ist so meine Wahrnehmung, ja. Also so, dass Deutschland sozusagen seine besten Leute verloren hat. Die haben in Amerika die Universitäten aufgebaut, sind emigriert. Aber da ist irgendwie aus der Ecke, ist in der deutschen Kultur nichts mehr zu spüren. Also weiß ich, Simmel und was da noch alles so, Benjamin. Solche Figuren gibt es nicht mehr, ja. Ja, eigentlich in Deutschland. Und haben aus der Ferne überhaupt mal über Deutschland geschrieben. Also ich sehe das so ein bisschen so, dass das, also das ist auch der Grund, warum wir uns also mit dieser, mit den Universitäten, also bis auf diese ganzen Medienhochschulen, die sich entstanden haben. Da haben wir natürlich Freunde und Leute, die unsere Bücher gelesen haben, die daran interessiert sind. ZKM, Kunsthochschule für Medien. Ja, ja. Dann Weimar, Weimar noch nicht. Ja, Bauhaus-Universität. Ja, Bauhaus-Universität Weimar. Das sind sozusagen auch die Orte, wo sozusagen was Neues in Gang gekommen ist. Hin zu Kittler, der sozusagen der große Liquidator der Germanistik geworden ist, indem er das alles umpult. Ausgabe des Geistes, aus dem Geisteswissen. Ja, ja, umpult auf Kulturwissenschaften und damit, da ist er ja ziemlich eifrig und auch erfolgreich. Und das ist, da kommt irgendwie was Neues jetzt, ja. Das ist das, was wir suchen. Wir, wenn wir meinen, wir haben Bodria, Virilio, Derrida, Foucault, dann geht es uns auch nicht um eine Schule. Es geht um einen Stil, um eine Persönlichkeit des Theoretikers, die auch durchaus miteinander kontrovers sein können. Es gibt viele mögliche Theorien, das hat auch Sluman zum Beispiel, hat nie sozusagen so einen Absolutheitsanspruch für seine eigene Theorie beansprucht. Die Frankfurter sind eben Monopolisten, die sagen, wir haben die einzig richtige Theorie und alles andere ist reaktionär. Und das war Adorno auch schon. Adorno hat schon Brecht irgendwie eskamotiert, hat Mannheim, Nietzsche und so weiter. In seinen musiktheoretischen Schriften, der holt er ja auch nochmal richtig aus. Er hat ja schon fast die Perspektive eines Kritikers. Ja, ja, und in den musiktheoretischen Schriften, also diese ganze Polemik gegen Stravinsky, die war verhängnisvoll für die musikalische Entwicklung, aber hat dem Stravinsky nicht geschadet. Er hat ihn als Reaktionär und Neoromantiker und Neoklassizisten da diffamiert, um Schönberg dagegen zu setzen oder so. Das ist aber keine Strukturanalyse der Musiker. Nein, nein, nein. Also das ist, da ist unsere Position eben eine andere. Wir suchen gestandene theoretische Leute, ja, und uns interessiert, wir sind nicht normativ, sondern uns interessiert eher so eine, eher eine Deskriptionsebene, so könnte man mal sagen. Ja, also der Bodria, dem kann ich nicht immer folgen, ich finde noch nicht alles gut, aber er befasst sich mit aktuellen Phänomenen und beschreibt Dinge, die kein anderer anfasst in dieser Weise, in Deutschland jedenfalls. Und deshalb ist jemand wie Bodria und auch Virilio sind für uns absolut wichtig, weil sie eben mit der Gegenwart und dem Heute so sich beschäftigen. Sie sind oft abgetan als Apokalyptiker. Ja, das ist wirklich auch so. Und das letzte Buch von Virilio ist im Grunde genommen stockkonservativ, ja. Aber so konservativ wie eben auch, weiß ich meine, den Sedlmayr, das war so der konservative Kunsthistoriker nach wie gesagt. Wenn man den liest, dann hat der von der modernen Kunst total viel gesehen, verstanden. Man muss nur die Wertigkeiten weglassen. Wenn man die Wertigkeiten weglässt, dann kann man den sehr gut lesen. Und so ähnlich geht es mir auch mit Virilio auch, ja. Also man liest mit einem Filter. Nein, nicht mit einem Filter. Man guckt nur, was er beschreibt. Und wie er das Material analysiert und ob er nur sagt, das ist ganz furchtbar oder nicht, dann sage ich eben, das ist interessant, ja, was da passiert. Und dann habe ich sozusagen einen anderen Zugang zu. Weil er eben Phänomene beschreibt, die andere nicht so beschreiben. Und Virilio ist, würde ich meinen, eben sehr stark auf so einem Horrortrip oder könnte auch sagen, Paranoia wurde ja auch ein bisschen, ja. Also wir haben den immer so ein bisschen für... Wenn Sie sagen, dass Sie ein bisschen paranoid sind. Ja, also der Virilio auf jeden Fall, ja. Aber das Paranoia ist ein gutes Erkenntnismedium, ja. Also darüber merkt man ja, wenn man selber mal auf so einem Eifersuchttrip ist, dass man da alles sieht und wahrnimmt. Ja, also das finde ich schon, dass das was ergibt. Das Thema des Besessenen, darum fanden wir auch den Titel Museum der Obsession so gut. Also wenn man von so einer Thematik besessen ist. Der Klaus Softee war ja auch besessen von bestimmten Figuren, von bestimmten Stellungen. Also Hermaphroditen zum Beispiel. Ja, Hermaphroditen. Und hat das sozusagen, das gibt es in den Romanen, das gibt es in der Malerei, das gibt es sogar in Plastiken nachher, ja. Also er hat sozusagen ganz besessen an einer Thematik und hat dann immer Angst gehabt, dass gleich die Polizei kommt bei seinen Ausstellungen und so. Also das ist eigentlich, das sind auch Künstler. Also ein richtig guter Künstler ist von seinem Material in irgendeiner Weise besessen und der wühlt darin rum und bringt dann immer neue Sachen zum Vorschein. Und das gilt eben doch eigentlich auch, würde ich sagen, für Denker, ja. Vielleicht gucken wir uns gleich nochmal Foucault an, was Sie hier an Büchern haben, um da durchzugehen. Hier, das ist so eine Zeitschrift, wo es da so um Asien-Geschichten geht von Foucault, ja. Das ist noch gar nicht so gelingen. Sieht man so seine Anschrift mal und so. So ein paar seltene Fotos sind hier noch drin, ja. Ist er erst später nach Asien verreist? Nee, nee, der war schon relativ früh da. Hier ist nochmal so ein Diagramm aus Ordnung der Dinge nochmal in Chinesin, in Japanisch oder Chinesisch. Und hier sind noch, hier sind ein paar Fotos, die ich Ihnen zeigen kann von seiner Berlin, seiner Berlin-Reise. Hier, das ist im Dschungel. Das bin ich noch in der Zeit, ja. Das war in der Wohnung. Das ist so ein Foto, was noch ziemlich bekannt geworden ist. Hier ist er mit Mescalero. Der ist deshalb nach Berlin gekommen. Das ist hier mit Heidi Pares im Audimax. Hier sind noch so Fotos, das sind alle... Die hat ihn auch das erste Mal mit in Seminar genommen, Heidi Pares. Ist das richtig, diese Geschichte? Nee, nee, nee. Wir waren in der Veranstaltung im Audimax und sie hat neben ihm gesessen. Hier ist noch sein Freund. Das ist auch nochmal der Daniel. Hier auch. Ja, und das ist hier. Das ist in der Günselstraße, wo er damals war, ja. Das sind so ein paar. Können Sie sagen, dass so ein Zusammenhang steht im Asiatischen, also die Figur eines Samurais, hat sich Fokou mit sowas auch beschäftigt? Also er hat sich ja... Nee, er hat sie mit so einem Zen-Wenn. Das ist etwas unauthentisch, aber damit diese Sachen schon drauf... Ich kann mal das nochmal machen mit den Bildern, gerade wenn ich das nie auskomme. Wie ist das verloren? Ja, wir sind noch hier, so. Wie soll ich das... Das kann man schon bereits sehen, ne? Das habe ich mal in irgendeinem Band, im Fotoband. Das ist Foucault und Daniel de Faire. Das ist auch Daniel de Faire. Foucault, Heidi Paris im Audimax. Nee, Heidi Paris, die war im Verlag, die hat den Verlag mit mir zusammen gemacht seit 75. Das sind hier so... Das hat alles Ulrich Rolf gemacht, ja. Der macht jetzt dieses Literaturarchiv in Marbach. Chef. Das ist im alten Dschungel am Winterfeldplatz, das auch. Und das ist hier in der Wohnung in der Günzelstraße. So ist gut, ja? Ja. Also ich kann gerade mal auf das Sprechen, dieser Zusammenhang zwischen asiatischer Philosophie, also die Figur eines Samurais beispielsweise, weil er hat sich ja nicht an dem Thema Krieg... Nee, ein Samurai nicht. Er hat sich mit einem Mönch unterhalten, ja. Mit einem Mönch und so einem Buddhismus sozusagen. Er war sehr interessiert. Er ist auch in Japan, auch in Klöster gegangen, hat sich da auch fotografieren lassen. Aber da ist nicht so sehr viel bekannt geworden. Aber mit Samurai wüsste ich nicht. So, das sind hier, ja. Ich habe mal gelesen, dass er noch etwas zu Andy Warholmann schreiben wollte. Hat er geschrieben, aber der ist nicht veröffentlicht. Ist nicht veröffentlicht, oder? Nee, nee. Auf den Text bin ich auch total scharf, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich habe den, also ich muss mal sehen, wenn ich es nächstes Mal, aber irgendwie, wenn ich den Daniel de Fer, vielleicht zeigt er mir den mal oder erlaubt mir eine Abschrift oder irgend sowas. Also Foucault hat ein Testament gemacht, dass nur die Sachen, die zu Lebzeiten veröffentlicht wurden, wieder veröffentlicht werden dürfen. Also man darf sozusagen die Notizen aus dem Nachlass nichts veröffentlichen. Und dass sozusagen jetzt die Collège de France Vorlesungen veröffentlicht werden, das ist sozusagen eine Ausnahme, die die Familie gestattet hat, ja. Ja, eigentlich widerspricht das auch dem Testament, aber die haben das doch durchgesetzt, dass diese Vorlesungen, wo mit Foucault immer sehr großzügig umging, hat jederzeit gesagt, wenn Sie das was veröffentlichen wollen, Sie können das benutzen und so. Der hat da überhaupt kein Copyright beansprucht. War eigentlich immer, eigentlich sehr großzügig. Ich habe Foucault als sehr großzügig eigentlich kennengelernt, ja. Auch ein bisschen zickig manchmal, ja. Also manchmal hat man ihm was gezeigt, da war er nicht so begeistert. Oder man hat ihm mal Blumen mitgebracht, fand er auch nicht so gut, ja. War ganz schnell wieder verschwunden, aber ansonsten eigentlich... Können Sie sich daran erinnern, wie ihr auf Sie gewirkt habt, als Sie ihm das erste Mal begegnet sind? Ja, sehr drahtig, ja. Sehr drahtig und wach und irgendwie... Er legt sich dann auf den Teppich und erzählt Terrorismus erstens, zweitens, drittens. Und er macht so eine kleine Privatvorlesung dann, ja. Wir haben ihn vielleicht, also wir haben ihn in Berlin zweimal gesehen. Einmal drei Tage oder vielleicht drei, vier Tage und einmal zwei Tage. Und in Paris haben wir ihn auch vielleicht so vier, fünf Mal besucht, ja, in seiner Wohnung. Tja, und hier sind sozusagen, ja, hier sind diese ganzen hier. Den weiß ich ja auch nicht. Also das sind... Filmmaterial, das würde mich nur interessieren. Was gibt es für ein Filmmaterial zu gucken? Hier gibt es einerseits... Ja, das sind sozusagen die Fotos von der Ausstellung in Karlsruhe. Die sind hier drauf. Da ist sozusagen die Karlsruhe-Ausstellung nochmal abgelichtet. Das sind die Programme von der Karlsruhe-Geschichte. Die sehe ich, das hier. Das hier, ja. Foucault und die Künste. Hier ist so das ganze Programm nochmal drin. Ja, und das hier ist Infoucault in Berlin, ja. Das kann ich Ihnen mitgeben. Das habe ich nochmal... Das habe ich doppelt. Ja, das wäre super. Das war ich aber auch nicht. Da ist die Künste. opa tears. Das ist die Künste. Das war ich.